so und herzlich willkommen zu folge 17 von portal 2 mit den nachfolge abschnitten nach dem ende des hauptspiels kunsttherapie heißt der spaß hier und neun abschnitte na gut ich drehe mal hier auf den knopf und dann drücke ich da auf den knopf und dann muss ich husten und habe gleich das mikro umgerämpelt auf den knopf ja jetzt kann ich ja kannst du den hast du da irgendwo um lenke ich habe hier einen knopf auf den knopf ich komme hier an den schiesematen nicht vorbei aber ich habe einen eine kasten was kann ich hier mit dem laser irgendwas machen die schiesematen kaputt wir sind hier um die ecke vielleicht kann ich dir irgendwie okay dass man laser pointe naja von den viechern ja vielleicht muss ich den nachher auch zu dir rüber schmeißen hätte ich mal vielleicht brauchst du den auch gleich ich habe keinen laser hier ja warte mal alles klar den musst du erst fangen da und dann wahrscheinlich da da kann ich keinen setzen da musst du dir noch was ausdenken zurück erstmal auf den knopf lass mich mal hier rüber laufen vielleicht musst du ihn noch fangen denn ich weiß es nicht war jetzt nur so eine idee vielleicht muss man das ja gar nicht da ja doch ich muss hier einen würfel reinsetzen die fliegen dauernd würfel jetzt runter cool ja wie kriegen wir den da jetzt rüber kannst du ihn sonst irgendwie fangen dann fliegt so weit weg waaah ja ich leide hier auch schon oder wer fast zu dir gekommen ach der nicht vielleicht hat das ein bisschen zu tun mit der rotation wie er fliegt also der wär den hättest du fast kriegen können gerade denke ich ich weiß es nicht was ist das spannend hier hinten nein da ja kann ich mir vorstellen gefällt es euch hier so gut oder seid ihr nur überdurchschnittlich dämlich das kann natürlich auch beides sein ich habe ihn ich habe ihn okay dann stelle ich mich mal wieder auf den knopf blubb blub Plupp! Hallo? Und jetzt? Ich muss so irgendwie hier rüberkommen. Hm... Ja und wie? Tja, gute Frage. Hm... Vielleicht kann ja auch hier nicht rumschießen. Soll ich irgendwie mit einem Portal das machen? Ja, ich wüsste nicht wie. Hm... Weil durchlaufen kann ich nicht vergessen. Hm... Das war die Tür, aber da komme ich nicht durch. Du kannst auf jeden Fall... Warte mal, warte mal, warte mal. ...den Laser da rein. Vielleicht... Muss ich irgendwie... Sehe ich die von hier? Na... Ich muss mir nochmal einen Würfel holen, das müssen wir eventuell gleich nochmal machen. Hm... Nee du, zau! Oh... Wo geht denn der Laser hin? Ja, das ist es schon mal nicht. Ja, da kann ich irgendwie nicht runter zielen. Hoch kann ich auch nicht. Au! Oh, Entschuldigung. Ich kann da auch kein Portal hinschießen. Hm... Ok... Joa... Hm... Kein Dornst. Das ist wahrscheinlich wieder total einfach, nur raffe ich das gerade nicht. Komm auch nicht dran. Ich spüre es mal so. Ich spüre es mal so. Ok. Aber ich komme hier... Achso, jetzt brauchst du ja den Würfel drüben, ne? Jetzt brauche ich den Würfel erstmal wieder drüben. Ok, dann schmeißen wir den Würfel rüber. Musst du aber auf... Erst nur aufs Knöpfchen. Aufs Knöpfchen drücke... Oh, kommt schon. Oh, jetzt hätte ich nicht drücken sollen. Nee, auf den Boden. Achso, stimmt. Oh, hättest jetzt drüben gestanden, hättest du ihn fangen können. Oder so. Gut. Ok, ok. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Hervoragen. Wunderbar. Ja. So. Musst ihr bestimmt jetzt gleich wieder den Würfel rüber schmeißen. Nein. Sehr gut. Und damit kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen, weil es nichts ist, wo ich das Ding rauflegen kann. Und der Würfel ist übrigens eine Kugel. Nein, nein, nein. Dann bleib hier, du Sau. In die Ecke mit dir und schäme dich. Da muss der Würfel hin. Wie soll ich das Ding da hinkriegen? Alter. Hm. Hm. Kann auch nirgends so ein Portal hinschieben. Sehst du die Platte da von da drüben? Nein. Seh ich nicht. Ist voll kompliziert hier. Hm. Hm. Tja. Da oben ist noch was. Hier. Kannst du da am Portal da setzen? Warte mal. Warte mal. Was ist denn, wenn du jetzt da deins hinsetzt? Ja. Und dann da dein anderes. Da setzt du mir rüber fliegt hier hin. Dann mache ich aber hier mein zweites. Dann schieße ich ihn wieder zurück. In der Zeit setzt du dein zweites Portal irgendwo anders hin. Dass du da eins setzt und dann... Das geht ja auch nicht. Du musst halt durch das Kraftwerk, ne? Kannst du da nicht einsetzen? Ach so. Kann ich da? Ja. Stimmt geht. Ja. Dann gehst du da einfach durch. Warte mal. Voran. Nimm den Ball mit. Okay. Dann muss ich hier den blauen hin machen. Na dann mach mal nochmal. Dann werfe ich den nochmal ein, woher? Ich hätte ihn auch einfach mitnehmen können, nicht Idiot. Ja, ich sag doch. Nimm den Ball mit. Hast du gar nicht gesagt. Hab ich wohl gesagt. Hast du gar nicht gesagt. Die Aufnahme wird's beweisen. Sehr gut. Achtung. Der neue kommt. Okay. Oh. Oh. Eventuell. Warte mal. Eventuell müssen wir hier mit Portalen anders arbeiten. Naja. Jetzt brauchst du den Ball wieder. Ne, warte. Der Ball muss vielleicht wieder zu dir rüber. Oh, hier ist auch wieder so ne Lücke. Ja, ich krieg den Ball nur hier nicht rüber. Ja, ne, ne, ne. Der würde dann von mir aus... Keine Ahnung, oder? Wenn ich das lila ne dahin mach. Dann würde er wieder zu dir rüber kommen. Zu deiner Seite. Dann musst du dann in der Zeit da die Portale neu setzen. Dass er dann wieder da rüber zu mir fliegt. Keine Ahnung. Und dann, weil er muss ja da hinten hin. Das wird bestimmt so komplexes... Na, erstmal musst du hier den Ball rüber fießen. Und dann in der Zeit, wo er fliegt, musst du deine Portale da hinsetzen, wo sie eben waren. Und ich muss da wahrscheinlich... Ja, mach. Okay, renn rüber. Okay, erst aus meinem raus. So, und jetzt müssen wir gucken... Äh, wo ist er denn, wo ist er denn? Hinter dir, hinter dir. Ach, da. Scheiße. Okay, nochmal. Du hast... Welches Portal hattest du jetzt wo rauf gesetzt? Hattest du da eins oder da eins? Beide. Beide. Weil ich denke mal, dass er von hier aus hier rüber fliegt, dann kommt er hier wieder zurück. Okay. Na gut. Aber du musst hier jetzt nochmal deine Sätze auf der Seite. Oh. Und da. Oh. Oh. Geht los. Ball fällt runter. Ball fällt runter. Ball fällt drüber. Ball fällt drüber. Blum. Blum. Okay. Kommt. Okay, ich hab ihn. Vorrang. Ausgezeichnete. Sehr gut. Guten Tag. Hallo. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ihr habt euch ja Zeit gelassen. Nicht, dass wir es einig werden. Hallo Seite. Nö, nicht. Ich stand da richtig. Alles in Ordnung. Ich musste sonst auch immer nach links. Du, 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 du. Was, keine Ansage hier? Na gut, dann Abschnitt 2. Sonst kommt ja immer so ein Spruch. Aber schauen wir mal nicht. Äh, ja. Wow. Das ist der Stampfer. Ein frühes primitives Werk. Ich schäme mich fast ein wenig. Aber es kann euch immerhin zerstampfen. Ich trau mich nicht. Was traust du dich nicht, wenn ich nicht hinzukommen? Nein. No. Gut. Hm, stampf nicht mehr. Aua. 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 Hm. Oh, war sogar fast richtig. Was? Ich hab da oben irgendwas deaktiviert. Ach, da ist der Dings. Naja. Warte, dann muss ich... Dann hau ich mich gleich selber weg, ne? Mach mal da den Laser rein. Launch dir rüber. Andere Richtung. Geht nicht, weiter komm ich nicht. Ich muss das Portal weiter links setzen. Das rote. Das rote weiter links. Ne, das rote. So. Warte, ich bin noch nicht oben. Wir müssen beide hier oben drauf stehen. Geht aber nicht. Wie soll das denn funktionieren? Vielleicht muss ich das hier machen. Und du gehst oben hin und machst ein Portal für mich, dass ich irgendwo reingehen kann. Zum Beispiel da. Und dann machst du oben ein neues. Ich kann hier oben kein Portal setzen. Ja, fahr da erstmal hoch. Ja, dann musst du... Ja. Muss nichts. Hm. Wir müssen... Wir müssen... Vielleicht... Hm. Ich weiß es nicht. Hier ist auch mal was. Ah, dann gucken wir mal. So. Hüpf, hüpf. Mach mal auf den roten. Das ist da oben das Kraftfeld weg. Kann man da irgendwas setzen? Keine Ahnung. Ich seh nur so ne, so ne Barrierewand. Ähm. 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 Mach das nochmal weg. Das ist zu hoch. Okay. Mach mal, setz mal. Bitte. Genau. Und mach die Kraft weg. Mach immer alle. Jo. Das sieht wohl so aus. Prost. Hm? Kann hier nur so ne... So was setzen. Mach mal erstmal weg, damit ich hier rauskomme. Jo. Okay. Was haben wir damit gewonnen? Wir müssen irgendwie genug Zeit haben, um beide auf die Plattform zu kommen. So. Wahrscheinlich können wir mit dem Kraftfeld irgendwie, was ich da oben habe, den Würfel an dieser Position halten. Hm. Ja, wenn dann höchstens da. Hm? Ja, aber das müsste man das Ding waagerecht hinkriegen. Hm. Ja, man muss wahrscheinlich den Würfel irgendwie in dieses... in dieses... wo du gerade drinne bist. Und das Ding hält dann... die ganze Geschichte auf. Ah. Hm. Ich wollte da nicht reinfliegen. Ja, das könnte schon gehen. Aber dann müsstest du.. Mal gucken. Mal gucken. Hm. Mal gucken. ja auch alleine dahin. Ja, schmeißt den, der muss alleine dahin. Weil du musst ja in der Zeit hier auf die Plattform kommen. So, dann müssen wir... Was machen wir da am dümmsten? Irgendwie müssen wir den ja rüber lenken. Muss ich da nochmal hin mit ausrichten oder so? Ja, vielleicht musst du hier unten den reinschmeißen. Weißt, nicht da. Was, wobein? Hier in den Strahl. Dann gehst du hier hoch einfach. So, lässt den Würfel los, damit er in der richtigen Richtung schon durchfliegen kann. Und die Barriere hält ihn dann in der Richtung auf und sie können in Ruhe auf die Plattform laufen. Na, dann komm weg hier, du. Genau. Komm, 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 komm. Ich sag doch, wir können in Ruhe auf die Plattform laufen. Ja, in Ruhe ist gut. Ich bin schon gelaufen. So. Run, run. Little Atlas. Deine Mutter war ein Peabody. Hervorragend. Gut, weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wirken, interagiert als als wolltet ihr es lösen, als wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Interagiert als ob es euch wirklich interessieren würde. Ihr Spinne.